Wenn man sich jetzt selber da aufnehmen, weiss schon mal, Panikkäme und so. Bingo. Unbockbar, immer die gleichen Volldudel. Der, alles klar? Herr Kommissar? Ja? Nein? Hm? Möchtest du reden? Nein? Ja? Was los, man? Ich glaub' ganz genau, sehen, wie du deine Augen bewegt hast. Ja? Ja, er entschuldige dich! Oh mein Gott, nein, bitte nicht! Weiter, weiter, weiter! Ich werde weiter, ich werde weiter, 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 weiter! Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Wächst. Ey, entschuldige Frau, der hört mal weiter! Ey, ich seh dich! Boah, du bist hässlich, Mann! Halt! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Was hab ich jetzt gemacht? Dreck! Verstehst du mich? Oh, Fernseh! Ja, Fernseher, sowas hab ich auch daheim! Grüß Gott! Fahrsteinkontrolle! Aaaaaaah! Ey, du! Hey, du mit dem Sackerl am Schell. Hallo. Ich hab dich auf Video, ey, General. Bist du General? General, mir egal, oder was? Kenn ich schon. Erst, wenn ich dich schon mal sehe, ich wollte dich eh neulich was fragen. Erst, wie sprengst man den am besten am Bankomat? Hast du da irgendwelche Tipps? Ich hab's neulich probiert mit so einer halberten Atombomben. Da hat's mir gleich die ganze Bank weggesprengt. War halt jetzt nicht so praktisch. Hast du einen Tipp? Des Weiteren, wo kriegt man da billige Dildos? Bei der Tagstelle? Er beilt schon in Schell. Du schon wieder, Mann. Jetzt verpiss dich, du Idiot.